So, da sind wir auch wieder zurück nach der kurzen Pause bei Craft the World. Ja, jetzt haben wir noch 14 Minuten und ich will halt noch mal schauen, dass ich das Material hier ein bisschen wegkriege. Da sind sie am Graben, da sind sie am Graben. Level-Aufstieg. Mal gucken, wo. Vielleicht kriegen wir die beiden noch. Oh, da, da. Dass ich gleich ein bisschen noch Waffen ausbauen kann. Mal gucken. Eine muss auch ausgerüstet werden. Ja, ja. Zack. Ein Müller, das ist gut. Genau, jetzt kann ich mal gucken. Ähm. Wir haben... Äxte. Das heißt... Ähm. Erstmal nicht. Der Tischler kriegt auf jeden Fall die Säge. Weil da war ja für Tischlerfähigkeiten genau. Der Holzfüller... Kriegt die noch? Werkbauarbeiter, Kletterer, Bogenschütze, Tischler. Da hab ich noch einen Tischler. Müller. Jetzt hab ich noch Äxte. Das heißt, der Tisch... Der kriegt auf jeden Fall eine Besser Axt. Ähm. Damit ich vielleicht... Damit ich jetzt mal die Tischler ausbasteln kann. Die kann ich auch nicht verkaufen, so ein Scheiß, ne? Schade. So. Ähm. Krieg ich hier ne... Ja, da krieg ich ne Fackel hin. Da ist ne Fackel sauber. Material. Ähm. Braucht noch... Rüstung. Rüstung, Rüstung. Äh. Ein... Was brauchen wir denn noch vielleicht? Der ein Rucksack auf jeden Fall. Vielleicht krieg ich ne paar Rucksäcke... Ah, ein Bett fehlt mir jetzt. Bett. Das ist kein Problem. Ähm. Das Bett... Kommt er wohl damit klar, wenn wir das Bett... Hierhin stellen. Ne, warte mal. Das machen wir mal... Hier hin. Ich spüre nur mal weg, Reckner oben. Vielleicht kommen sie dann auch da oben dran. Da ist noch Kohle. Und bis dahin auf jede... Oh, jetzt... Nein, Ruhmend. Dann machen wir mal erstmal die... Rückseite. Zehn Minuten noch. Eine Fackel da hin. Hühnchen. Okay. Töne ich jetzt nicht der kleine Sache, das Fühnchen? oh mein gott sie haben es überlebt die können doch das portal da vorne nehmen hier eierköpfe oh der schläft gottse dank 30 Münzen baut mal ein neues Portal auf und zwei Türen wollte ich noch ok haben wir zwei Türen zack ah jungs da kommt er doch hoch die Band schnell noch bei den sieben Minuten geht es natürlich hier weiter jetzt komm hau rein das und das und da könnte er mal den Rest fertig machen oder so das klatscht einfach immer alles weg brauchen wir eh das ganze Zeug die 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 36, 3 4 Minuten geht es weiter Klappeln wir da ein bisschen rum Am besten wäre jetzt ein Bogen Kaufen Dauert jetzt wieder bis alles klar ist Oh lass das mal Können wir noch gebrauchen Ja hier haben wir noch den Durchgang dazu Das heißt die haben wir auf jeden Fall nicht mehr weiter weg Wenn wir mal Stein brauchen ziehen wir hier oben einmal runter alles Mal gucken wenn der Bogen kommt Ein Totem, dann machen wir glaube ich nächste Ebene Gucken lass ich jetzt hier noch ein bisschen Ne Wetter entfernen Block hinsetzen Ne Fackeln Nebel Ne Fackeln Nebel Leitersetzen Ah der hat auf jeden Fall Der ist Holzfiller hat auf jeden Fall dann Einiges Jetzt haben wir noch Magier, Schmied und Fischer Ja Na das weiß ich mal So kocht jetzt noch fleißig das ist schon mal gut Dann können wir nämlich Ich Jetzt noch ein Tisch hier unten hin Ah Die letzten Sekunden Ah sie sind auf jeden Fall noch gut ausgestattet hoffe ich mal Auf jeden Fall Wo ist es? Auf der anderen Seite und ich hab meinen Bogen noch nicht Na Jetzt sind Wo ist jetzt schon wieder mein Tisch hin? Wollen die mich facken? Wollen die mich facken? Wollen wir roll den Schluck Guck mal was hat ein fette Viech needs Ich muss noch ein bisschen Zeit haben Das ist schon mal weg Da muss ich irgendwann mal ausruhen Gehen wir was essen Ich muss noch mal ausruhen Bleibt nicht aus, sieht manchmal eine gerade Fläche hin. Ein bisschen mehr Platz ab. Können wir uns auch mal weg gehen. Was wird er denn jetzt neu? Mein Auge ist ein bisschen so ein Viech. Ich hab das Essen komplett weg. Zack, zack. Genau, es ist alles komplett weg. Zack, zack. Das Essen ist komplett weg. Die brauchen auf jeden Fall entweder ein Schwert oder sowas, dass ich ein bisschen mehr Power habe. Ich will jetzt auch gerne mal hier gucken, dass ich vielleicht auf ein paar Ebenen wieder tiefer komme. Ich gehe mal über mehrere Ebenen, dann kommen wir ganz gut aus. Wo ist denn mein Bogen? Ja, du Sau. Ich weiß nicht, wo mein Bogen ist. Ich habe den doch gekauft. Oh, die Sauerei. Dann machen wir mal hier so eine Treppe gleich noch hin. Was macht er jetzt? Auch noch Material ab. Da kommt eh wieder keiner hin. Komm mal so runter, wie weit ich es hin kann. Ich kann zwei auswisten. Da ist es doch eigentlich der Bogen. Mein Freund, da ist ein Bogen. Mein Freund, da ist ein Bogen. Denn da ist es. Vielen Dank.